In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen MagStorm-Vertrag in wenigen Minuten online kündigen kannst. Bleib dran! MagStorm bietet aktuell keine Möglichkeit an, deinen Vertrag online zu kündigen, daher zeigen wir dir, wie du deine Kündigung schnell und einfach mit unserer MagStorm-Kündigungsvorlage erledigen kannst. Den Link zur Vorlage findest du unten in der Videobeschreibung. Fülle zuerst die oberen Adresszahlen mit deiner aktuellen Adresse aus. Bist du während deiner Vertragslaufzeit umgezogen, ergänze am besten den Kündigungstext mit deiner alten Adresse, damit MagStorm deine Kündigung richtig zuordnen kann. Auf der rechten Seite ist es noch erforderlich, die Kundennummer einzutragen. Nachdem du alle Angaben gemacht und kontrolliert hast, kannst du das fertige Kündigungsschreiben kostenlos als PDF selbst herunterladen und dann auch selber versenden. Du kannst aber auch die Kündigung direkt verschicken lassen mit dem Klick auf Kündigung jetzt versenden. Im neuen Fenster wählst du nun aus, wie wir deine Kündigung verschicken sollen. Wir empfehlen dir den Versand per Einschreiben. Du hältst dann den wichtigen Versandnachweis, mit dem du den Zugang der Kündigung belegen kannst. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, klicke auf Weiter. Wähle jetzt deine bevorzugte Bezahlmethode und schließe die Bezahlung ab. Jetzt hast du deine Kündigung erfolgreich verschickt. Eine Auftragsbestätigung haben wir dir in diesem Moment bereits zugesendet. Sobald der Sendebericht bereit ist, schicken wir dir diesen ebenfalls per Mail zu. Wir hoffen, dass dir dieses Video geholfen hat und wünschen dir weiterhin viele erfolgreiche Kündigungen. Falls du andere Verträge auch so einfach unterwegs kündigen willst, lade dir unsere Kündigungen-App aus dem App Store herunter.